Diese falsch. Wir brauchen... Ich vergiss mal irgendwie, welche Schraube hier für was ist. Nee, das ist der da. Ich will doch... Ich bin dabei. Ich will machen das jetzt so sattelisch, sag doch was und ich brauche es nach. Oh, gut, dass das schon filmt. Hi! Hallo. Das ist dein Problem? Du musst halt doch filmen. Ja, tut sich aber nichts. Wenn du die ganze Zeit oben am Leiser knopf vielleicht... Tschüssi! Kamu! Kamu! Kamu? Ja. Okay, komm. Jetzt musst du gleich sehen... Hier und... Na, nicht so nah! Erst einstecken? Das hab ich... Jetzt bist du wie ein... Drogen! Ah! Verkacktisch! Pfff! Tschüssi! 7.000 Euro verdiene ich nur... Bitte? Gibst du ihm bitte die Anweisung, was er zu tun hat? Ach so, aber mit Düton? Ja, mit Düton. Okay. Sagst du jetzt? Ja! Jetzt! Tschüss. 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 Ja, hallo. Ich hab dich angerufen. Los. Ja, hallo. Hier ist Redescht. Ich laufe schon. Was habe ich denn gesagt? Chemotherapie? Keine Ahnung. Wie du mit Nachnamen heisst, Kamo. Kamo, ja. Aber was du gesagt hast. Das ist egal, du sollst dir das Richtige sagen. Der Kamo, Herr Kamo ist vom OP. Das kriegen wir hin. Kamo. Kamo? Oh, Entschuldigung. Ah, okay. Ich habe da einen Pfleger vom OP. Ich schicke den runter, den Herrn Kamo. Kurzen Moment. Warte. So, ich rufe an. Duut 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 Ich habe den Lade gespielt Habe ich es gut gemacht? Wenn wir weiter? Ok Jetzt ist es gut Leute ich bin verwirrt wartet mal kurz Sorry wartet mal kurz Perfekt Bin ich jetzt eigentlich in deinem Bild mit drin? Soll ich ausmachen? Ja